Die neuen In-Salon Services mit Sebastian Spezialprodukten sind unglaublich effektive Treatments. Perfekt zugeschnitten auf Ihr Haar. Mit Cellophane für natürlichen Farbglanz in unterschiedlichen Nuancen. Mit Texture Mix für fantastische Textur und Griff im Haar. Und die Intensivmasken Hydre und Penetrate versorgen das Haar mit Feuchtigkeit und wichtigen Nährstoffen. Für volles, gesundes und natürliches Haar. Die Formulierung von Cellophane tut buchstäblich jeder einzelnen Haartextur und jeder Art von Haarfarbe so gut, dass ich es nicht in Worte fassen kann. Nun, Cellophane ist fast die Liebe meines Lebens. Es ist wie eine Art transparente Politur, beinahe so wie Wasser, wo alle verschiedenen Farben durchscheinen. Und das ist es, was Cellophane mit deinem Haar macht. Du hast extra Glanz, extra Pflege und ein Hauch von Farbe, die du dir wünschst. Von Rot über Blond zu Gold. Du hast eine große Auswahl. Die Möglichkeiten von Farbe und Glanz können die Augen einer Fashionista zum Strahlen bringen. Es gibt nur eine Wahl. Cellophane. Die professionelle Anwendung im Salon für reichhaltigen, haltbaren Farbglanz. In neun Varianten für jeden Haartyp. Frei von Peroxid und Ammoniak. Der revolutionäre Farbglanzsäurekomplex sorgt ausschließlich für pflanzliche Farbinfusionen, die das Haar sechs Wochen lang in transzendenter Farbe strahlen lassen und dem herrlichen Glanz schenken. Cellophane. Tauche ein in den reinsten Farbglanz deines Lebens. Mit Texture Mix wird eine texturverleihende Intensivanwendung vom Stylisten individuell für das Haar gemischt und im Salon angewendet. Texture Mix sorgt für anhaltende Textur und Griffigkeit. Und der Effekt von seidigem Haar hält bis zu 5 Haarwäschen an. Die Intensivanwendung Texture Mix bietet die Grundlage für fantastische Stylings. Texture Mix. Unverwechselbare Textur mit doppelter Kraft.